Man glaubt es oder glaubt es nicht, aber es gibt tatsächlich Minispiele, die sind so nervig, das glaubst du einfach nicht. So, willkommen zurück hier bei A Link Between Worlds, wo ich noch versuche, auf die Spitze zu gelangen für das Herzteil. Was auch immer hier oben sonst sein soll. Okay, muss man nicht etwas merken, Freunde. Bremsen, weil ich das Teil hier sehe. Das wird wohl entscheidend sein. So, bis soweit kommen wir ja eigentlich ganz gut, aber hier das Problem. Wow, Mann, das gibt's nicht. Nein, ich hab er gebremst. Alter, ich hab keine schnellen Schuhe noch keine Bremsstiefel extra. So, das muss irgendwie so, das geht gar nicht anders. Ups, oder gar nicht, Entschuldigung. Assump, ma. Hm, ich miss bereits vorher, wa? Bereits vorher auf Turboschall und genau in dem Moment dann rüberflitzen, okay. So. Jetzt bin ich hier oben. Hoffentlich. Wow, was soll denn hier drin sein? Nein! Wow, bist du schnell! Wow, bist du schnell! Alles nur für Trang und Rubine. Alter, nicht mehr sonst. Mein, das ist eine grosse Truhe. Alter. Ja, danke schön. Alles nur für den nächsten Quatsch. Sehr schnell als ich dachte, Bruder. Wie sind es doch alle, Brüder? Im Geiste vielleicht. Ach, Mensch. So, Freunde, jetzt haben wir es gelernt. Ähm. Traut niemals an einem Minispiel zu, dass es wirklich ein Herzteil wert ist. Was könnte ziemlich in die Brüche gehen? Ja, ganz toll. Okay, brauche ich noch die grosse Donnerblume. Für ein Herzteil. Und dann hole ich mir vielleicht noch von flinken Brüdern dort. Im Wettrennen vielleicht noch ein Herzteil. Und dann. Ok, du Ball. Nee, vielleicht wenn ich am Schluss noch Bock habe, ja. Am Schluss des Parts. Aber ansonsten. Will ich mich eher langsam mal Richtung Wüstentempel aufbegeben. Mein Weg dort im Frätschalen dauert auch noch eine Ewigkeit. Und deswegen, ja. Weiß ich nicht, die schlechteste Alloydeen. Es lebe das rote Master schwer. Du, 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 du. Lalalala. So. Sehr schön. Jetzt irgendwann Mai Mai. Ja, ich kann es hören. Und fast dann riechen. Das Mai Mai. So, und hier unten irgendwo, genau. Da muss ich dann weit hin. Und das ist ziemlich mühsam wegen den Viechern hier. So, komm schon. Gib mal ein Schild her. Und verschwinde. So. Brennerweg weg. Geht doch. Und tut das Schwein gar nicht betroffen davon, ist klar. So. Das ist ein schmerzhafte Bombe. Bums. Und der ist weg. Und hier ist ein Herzteil plus zwei Truhen. Ist das geil oder ist das geil? Es ist so geil. Yeah. So, zwei Herzteile fehlen noch. Gut, gut, gut. Jupp. Nochmal 100. Und nochmal 300. Alter. Da kann ich einen Riss kaufen. So. Boah, Hilfe weg hier. Wie sieht es eigentlich Mai Mai technisch aus? Da gehen wir gar nicht durch. Mai Mai technisch, wie sieht es da aus? Ich habe 53. Es sind noch 7 zu wenige, wa? Neues Upgrade. Okay, dann müssen wir noch das Wettrennen machen. Ich habe noch ein Herzteil. Ja, wieso eigentlich nicht, Freunde, wa? Bisschen Herzteil erholen. Wow, wow. Aua. Der Arsch. Es sind bloß noch 3 weissen Leute. Und haben es geschafft. Und haben das Spiel durchgespielt. Und das erst bei der Part 20, wa? Da haben wir jetzt 22. Ich muss schon sagen, das Spiel ist ziemlich kurz. Ja, so. Schade irgendwie. Und trotzdem. Ja. Hat es halt sehr viele schöne Tempel. Aua, was machst denn du hier? Ganz fies verstehe. He he. Das mag ich gar nicht. Ach, Tödel. So. Klavio. Alter Kumpel. Willkommen zurück, kleiner Held. Ja, ja. Schon gut. Genau, der Feuerstab. Ne, den hole ich mir erst am Schluss. Woher brauchen wir erst den Eistempel dann? Der Eisruine. Jetzt mal den hier kaufen. Yep. Tornado-Stab. Dankeschön. Gekauft ist gekauft. Geil Mann. Jupp. Geil einfach den Kaufmann. So, jetzt den gleich auch noch mit. Den Entenhaken. Der hat ja gar nicht gekauft. Bist du sicher? Natürlich. Wir brauchen insgesamt nur noch 2000 Rubinen, um den Rest noch zu kaufen. Klub. Geil Mann. Gut. Äh, ich weiss, aber ich habe 53. Also immer 50. Sprich, ich habe schon 5 Items abgegradet. Wie kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt sogar. Ist das krass. Ja, ich mache mich nass. So. Gehen wir weg hier. Wollen wir das Wettrennen noch machen? Das war irgendwo da unten. Hui. Und ganz schnell weg. Ja, schnell weg. Du, du. Uupp. Ab in den Süden. Hu, hu, hu. Es wäre eigentlich schön, wenn es die anderen so eine Transport-Eule gäbe, das ist bis eine... Eine Vogelstatue, das fände ich echt noch toll. Hundertzwei um fünfzig Pokémon, was? Nein. Ah, zu viel. Jetzt nix mehr, okay. So, wie sieht's aus? Nach einem Wettrennen? Pegasus-Rennen, ah, betreut. Okay, 20 Minuten kostet und dann kriegst du einen Preis und ja, diesmal muss ich viel schneller sein. Ich habe zehn Sekunden weniger Zeit, Freunde. Zehn Sekunden weniger. Bist du bereit? Analog, achte Plätze, fertig. Los. So, Strategie ist die gleiche, ich muss nur auf die Abkürzungen aufpassen. Dann schon so, Friedhof, das hat jetzt ganz nicht lange gedauert. Jupp. Und dann vom Friedhof. Alles zu, Rostusposition her. Su, su, su. Ja, gut, gut, gut. Ach nee, warte mal, ich mache gerade das... Ich trottel. Was war das Falsche? Ach nee, ich muss zuerst einen Riss suchen. Ja, jetzt bin ich sowieso zu spät dran. Oh, doof. Ja, jetzt wird oben noch ein Rissen zu, aber nee, es war ganz woanders. Sorry dafür. Ich werde vergessen, Freunde, dann schaffe ich nie mehr. Also vor allem nicht. Ich muss auf jeden was achten, wenn ich jetzt da hoch möchte. Nö, keine Chance. Obwohl, wenn ich jetzt da ein bisschen schneller gewesen wäre. Ja, und umweg. Hätte ich es wohl geschafft, ja. Tja, im Nachhinein ist man immer klüger. Das ist so. Und ab zum Haus des Windes. Und da sind wir wieder. Und wieder einmal muss ich schwimmen, 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 schwimmen. Und die Zuhörs sind noch sauer auf uns. Wieso denn? Aber der Königin befreit. Mein klar, sie sind weise und so, aber trotzdem. Das ist doch schön. Also, nicht wenn es den weissen Kinder sind zu, sondern wenn es jetzt den heiligen Weissen gehört. So, komm schon. Pegasus rein. Ja, nochmal. Komm schon. 25 Sekunden kriegen wir hin. Kein Problem. Mhm. Bin ich. Hauptplätze. Fertig. Letzter. Vollid. So. Ganz schnell. Zum Friedhof. Ja, ich will mit dem Taxi Express fahren. Du, du, du. Wollt ihr ja fliegen? Mann. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe genug Herzen. Ich kann genug vertragen. Du, du. Ich bin Hartmann. Nie im Nehmen. Ich heisse auch Hartmann. Mann. Mann, du Scheiss. Das ist in dem Verspruch. Ja. Okay. Okay. So. Ganz gelernt. Du. Das müsste klappen. Du, 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 du. Du, 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 du. Und schon bin ich da. Ende. So, gut, Quatschmann. Du bist zum Ziel. Ja, Mann. Und das hier gewinnst du. Ein Herzteil. Geil. Du bist nicht aufzuhalten. Dann bin ich direkt ein bisschen neidisch. Von dir aus könnte ich selbst mal ein paar Tricks lernen. Geil, Mann. Dämliche Raben. Die fliegen mir in den Arsch. Was soll denn das? Was soll denn das? Du, 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 du. So. Äh. Zurück zum Tempel, wa? Also sprich zurück in die Wüste. Du, 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 du. Denn hier bin ich jetzt eigentlich soweit fertig fürs erste Mal. Sprich, wir gehen jetzt wirklich mal zurück nach Lovul. Wir gucken uns dann nachher um nach einem vierten Herzteil. Hätten wir bereits 15 Herzen. Um mal ganz kurz zu überlegen. Mit 15 Herzen. Äh. Es kommen noch drei Tempel. Sprich hätte ich nachher 18. Das heisst, es fehlen nachher noch 8 Herzteile. Jo, ja, kriegen wir hin, wa? Hm, hm. So. Sumpf des Bösen. Du, 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 du. Acht Herzteile. Alle vier wissen noch wo die sind. Die restlichen vier. Tja. Da tut es keine Ahnung, wo die sind. Was finden wir schon da raus? Keine Sorgen. So, da kommen wir drüber. Okay. Das Wüstengebiet. Mal gucken, was hier so alles abgeht. Okay. Nicht sehr viel wie es aussieht, wa? Hat es hier hinten noch irgendetwas? So. Okay. Okay. So ein Riss da oben. Und das ist Mai Mai. Wupp. Ich habe es gerettet. Ich bin ein wahrer Retter. So. Jetzt hat es nichts mehr, weil es aussieht. Hier nach hinten was Verstecktes unter der Brücke oder so. Nö. Auch nicht. Ist doch Schade, Mann. Ist der Schade, Mann? Nö. Auch nicht. Nö. Ziemlich doof hier. Du, 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 du. Aber ich habe hier zwei Risse. Hm. Wieso hat es hier wohl zwei Risse? Ich bin echt da vorne. Wlüp. 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 Und hier sind wir in Hai Wul. Zurück in der Wüchelstance. Sup. Und natürlich brauchen wir hier vorhanden Sandstab. Wlüp. Und hier sind wir einmal irgendwo in der Erde vergraben. Das befreien wir gleich. Wlup. 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 Nö, hier ist es nicht, okay. Hier auch nicht. Verstehe, verstehe. Hm, wo könnte es sonst sein? Hier muss es irgendwo sein. Oder auch nicht. Ah, da ist es! Mensch! Da bist du ja, du kleiner AK. Zup, 55. So, hier noch etwas Spezielles sonst. Nö, wa? Einfach nur eine trübselige Wüste, wie so viele andere leider auch. Hm, gibt es hier noch etwas, oder war hier gar nichts? Nö, das sieht ziemlich leer aus. Aua. Ah, guck mal, hier oben hat es ein Niedersonsspalt, alles klarer. Und da oben müsste der Tempeleingang sein, tja. Wahr oder nicht, Freunde, es ist wirklich so. Hier ist der Tempel, sprich der Wüste Tempel ist nicht in Low-Wool, der ist auch in High-Wool. Verrückt, wa? Was anderes Verrücktes? Was? Mö, was bist du denn? Und der haut ab. Ganz schnell. Ey, ich höre es doch. Das ist da oben irgendwo, könnte aber auch sein. Da war eine Seite, aber ich dachte, ich hätte es irgendwo hier, nein, ist egal. Irgendwo hier muss noch eins sein, ein kleines Mai Mai. Du, 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 du. Geht es jetzt mal hier hoch. Komme ich hier? Ja, hier kann ich noch durch, wobei es ja viel bringt, wie man sieht. Hm. Ich müsste irgendwie eine Ebene höher, wa? Von der anderen Seite her könnte das funktionieren, weil das ist eine Höhle. Die Frage ist los, wo ist die Angelegen zu der Höhle? Ok. Ne, wieso, wir machen es anders. Wir haben den Sandstab, das geht auch so. So, fahren wir jetzt hin. Äh, wow. Hm? Ist das eine Variante gewesen? Nee. Dann gegangen, ja, dachte ich irgendwie so, da rüberziehen mit dem Enterhaken da hoch, und dann wieder so eine... Ja. So eine Sandmauer erschaffen, aber nee. Wäre auch nichts gewesen. Jupp, verschwindet so. Hm, hm, hm. Da muss man ein bisschen trickreich rangehen, wa? Ok, versuchen wir es mal. Jupp. Und direkt darüber, du, 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 du. Durch den Riss in der Wand. Εh, hier geht es gar nicht. Ok. Was darf ich das so kompliziert machen? Üi. Und zurück in Lowool, plupp. Was gibt es denn hier Schönes? Ja. Ja, es wäre auf der anderen Seite schön. Aber hier gibt es doch nix. Hier ist doch nix. Also ein paar seltsame Typen in den Arsch gepiext. So, jetzt bin ich hier oben. Tja, und was gibt's jetzt hier Schönes? Und einer zum Herzteil! Jetzt bin ich im grünen. Und ich hab den grünen Daumen. Ja, den grünen. Ups. Den grünen Ups. Ich hab den grünen Ups. Ich hab den Ups. Upsalalala. Hm, 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 hm. Hallo, was bist du von dem machen? Lass mich bloß in Ruhe. Sonst hau ich dich. Ich hab dich gewarnt. Ich hab sie gewarnt. Aber wir wollen ihn nicht hören. Diese... Ansteigen. Hm, hm. Ja, geht auch nicht. Aber irgendwo hier ist er. Und hier vorne ist auch der Eingang zum Wüstentempel. Und ja, der ist hier in unserer Welt. Und die Nummer... 56, wa? Geil. So, ganz gut den Wetterhahn aktiviert. Jupp. Neue Hahn. Spiel speichern. Natürlich. So, wir haben im nächsten Part den Wettertempel, äh, den Wüsentempel betreten. Jupp. Geht es denn dort rein? Alles klar. Ich werde aber trotzdem gerne noch das Herzteil holen. Springt kein Linke hier nicht, wa? Du Scheisse, wohl ich könnte... Oh, ich hab... Aber, da ist ja... Hm, geht das überhaupt? Nee, geht ja gar nicht, hä? Das ist doch crazy, crazy... Hm, wie komme ich denn jetzt? Ah, okay... Ah, warte mal... Nee, so geht es ja auch nicht, hä? Warte, hat er gerade auf der Wand entlang und so? Aber nee, das wäre ja auch doof. Bin ich eine Ebene zu tief? Ja, äh... Hm... Wie mache ich das am besten, damit ich da irgendwie... Hm, Mann! So... Okay, okay, machen wir mal Trick 17... Ist vorhin, äh, gewesen, ist irgendwie... Blup... Ah... So... Und dann komme ich hier so rüber... Und kann das Ganze ein bisschen wegbomben. Tja, Freunde, da seht ihr jetzt mal so wie ein Schuh draus. Blup... Dann hoffe ich doch mal, wir sind gleich dort, wo ich auch hin will. Und wir sind hier! Wir haben die 15 Herzen voll! Yeah, Mann! Geil-O-Matico! So, wir kommen uns ja zurück, hä hä. Zurückkommen... Das ist... Auch nicht ganz einfach... In meinem weiss gibt es eigentlich noch... Eins ist eben noch hier! Hm? Echt? Jetzt wollen das... Hä, was soll das sein? Ach, ist es irgendwo? Nee... Mein Freund schon überall... Okay... Wo das Vieh wohl stecken soll... Ich hab keinen Plan, Freunde! Du-du-du-du... Keinen Plan... Was wir jetzt noch machen, ist... Bevor ich ganz... Ein paar Bände... Natürlich noch ganz kurz... Zurück zu kehren... Zu unserem nächsten... Du-du-du-du-du-du-du-du... Einmal? Werden wir rein? Hä? Zurück zu kehren und zum Wüstentempel! Du-du-du-du-du-du-du... Dem vierten Tempel in der Welt von Haiwound! Also dann! Wie es weitergeht hier bei... A Link Between Worlds! Im Wüstentempel! Seht ihr wieder in der nächsten Folge! Danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Tschau zusammen!